Es gibt kaum einen Beitrag über Palina Roszynski, der ohne einen Hinweis auf ihre Oberweite auskommt. Dabei gibt es noch viel mehr über sie zu erzählen, als das, was man auf den ersten Blick sieht. Dafür muss man sich nur einmal ihre Kinderheit ansehen, wie Palinas Mamoschka wohl sagen würde. Okay, dann machen wir das doch mal. In jungen Jahren wuchs Palina in ärmlichen Verhältnissen heran. Wenn es kein Klopapier mehr gab, wurde kurzerhand die Zeitung kleingeschnitten. Und doch versuchten die Eltern ihrer ersten Tochter, alles zu geben, was sie hatten. Obwohl beide Akademiker waren, konnten sie in ihrem sozialistischen Heimatland nicht viel erreichen. Die Sowjetunion war kurz vor dem Zerfall, das Volk litt unter Hunger und war ständiger Unterdrückung ausgesetzt. Für ihre Palina wünschten sich die Eltern deshalb eine bessere Zukunft. Also beschlossen sie Anfang der 90er Jahre, die Sowjetunion zu verlassen. Während Papa und Mama in Berlin alles für die Ankunft ihrer bis dahin einzigen Tochter vorbereiteten, lebte Palina für einige Wochen bei ihren Großeltern. Babuschka und Jeduschka. Als kleiner Vorgeschmack trudelte dort eines Tages ein Westpaket von ihren Eltern ein. Die ganze Nachbarschaft des Arbeiterviertels kam vorbei und staunte nicht schlecht. Solche Produkte hatten sie noch nie gesehen. Und das war erst der Anfang. Als Palina wenig später selbst in Berlin ankam, war sie völlig überwältigt. So viel Reklame, so viel Verpackung, so eine riesengroße Auswahl an Lebensmitteln war das junge Mädchen aus der Sowjetunion nicht gewohnt. Die Familie lebte zu Beginn fast ein Jahr lang in einem Asylheim in Schöneberg, dem früheren West-Berlin. Anfang der 90er Jahre wohnten dort neben Russen viele Bulgaren, Polen und auch Ostdeutsche. Die 6-Jährige lebte sich schnell ein und schwärmt noch heute von der Zeit in der Unterkunft. Vor allem, weil sie mit den gleichaltrigen Kindern auch trotz der Sprachbarrieren wunderbar spielen konnte. In der Vorschule gelang die Eingewöhnung allerdings nicht so schnell. Andere Kinder mobbten das junge Mädchen, weil sie noch nicht so gut Deutsch sprechen konnte. Palina kam häufig weinend nach Hause. Als ihr Vater davon erfuhr, brachte er ihr Leberhaken und Karate-Kicks bei. Ich habe wirklich ein paar Watschen verteilt und dann bei Ruhe, erzählt Palina heute. So lernte sie von klein auf, sich zu wehren. Palina, ein knallhartes Mädchen? Nicht nur. Beim Training der rhythmischen Sportgymnastik zeigte sie sich ganz grazil und leichtfüßig. Bereits mit vier Jahren hatte sie in Leningrad mit der Sportart begonnen. Sie liebte es, zu tanzen und zu turnen. In der Grundschule traf das Mädchen dagegen auf Kinder eines ganz anderen Schlags. In Kreuzberg besuchten nämlich viele Kids von Alt-68ern ihre Klasse. Die Hippie-Kultur ihrer Mitschüler prallte mit Palinas russischer Mentalität zusammen. Denn sich schick zu machen und weiblich zu kleiden, das habe man mit sowjetischen Wurzeln im Blut, sagt die Moderatoren. Bis heute könne es ihr Papa nicht leiden, wenn Palina Leggings und Turnschuhe trägt. In Russland wäre sie mit ihrer Art wohl eher ein Mann, sagt sie, weil sie sich nicht gern unterordnet, im Auto am liebsten selbst am Steuer sitzt und einen jüngeren Freund hat. Gleichzeitig aber legt sie großen Wert auf ihr Äußeres, zeigt sich gern als Vollblutfrau und wünscht sich, dass der Mann mal den ersten Schritt macht. Deswegen würde sie auch hierzulande oft abgestempelt. Tritt man selbstbewusst auf und hat seinen eigenen Kopf, ist man gleich Feministin. Sieht man gern gut aus und hat Spaß, ist man das oberflächliche Girlie. Ihr Berufsziel sollte dann irgendwann tatsächlich einmal die rhythmische Sportgymnastik werden, weil sie so talentiert war und große Freude daran hatte. Ich weiß, dass es wehtun wird. Ich weiß, dass ich Blut und Wasser schwitzen werde. Aber das ist okay, ich kann das schaffen, war sie sich damals sicher. Also überredete sie ihre Eltern, 1995 auf ein Sportinternat in die Nähe von Stuttgart wechseln zu dürfen. Ihr trainierte Palina hart. Schule, Mittagessen, Training bis abends, allein eineinhalb Stunden Ballett täglich, was sie überhaupt nicht mochte. Aber die Notwendigkeit habe ich verstanden, sagt sie heute. Sie und ihre Klassenkameradinnen waren auch ständig auf Diät, vor allem vor den Wettkämpfen. Nach erfolgreicher Teilnahme zurück ins Internat zu fahren, sei damals das Schönste gewesen. Doch je älter sie wurde, desto stärker schmerzten die Knie. Und auch ihre disziplinierte Einstellung wandte sich ins Gegenteil. Bis ich 14, 15 war, musste ich immer irgendwas machen und Leistung erbringen. Da hatte ich gar keinen Bock mehr drauf. Sie begann zu rebellieren, wechselte vom Internat wieder in eine Schule nach Berlin. Die Noten wurden schlechter und Palina musste ein Schuljahr wiederholen. Mit ihrer Clique ging sie trotzdem oft feiern und machte einen drauf. Zwar musste sie um jede halbe Stunde, die sie länger um die Häuser ziehen wollte, mit ihren Eltern kämpfen. Aber das Trinken hatten sie ihr vorsorglich schon einmal beigebracht. Doch nicht jeder Drink landete in Palinas Bauch. Denn schon als Teenager überwärte sie sich gegen übergriffige Kommentare von Männern. Diese verbale sexuelle Belästigung nennt man heutzutage übrigens Catcalling. Nur weil ich in einen Club gehe und ein bisschen tanze, heißt das noch lange nicht, dass ich oder alle anderen Frauen und Mädchen Freiwild bin, zum Abschießen bereit? Auch heute muss sich Palina mit unzähligen Kommentaren unter der Gürtellinie oder Dickpics im Postfach herumschlagen. Und trotzdem bleibt sie sich und ihrem Stil treu, aber nicht ohne ihre Meinung kundzutun. Oft hält sie sexistischen Männern nämlich den Spiegel vor. Während ihres Geschichte- und Literaturstudiums, das sie übrigens nach dem dritten Semester abbrach, organisierte sie für eine Zigarettenfirma Partys und Dinnerabende und lernte so die Berliner Nachtszene richtig gut kennen. Clubbesitzer, Veranstalter, Menschen, die Connections hatten. So wurde eines Tages auch der damalige Musikchef von MTV auf Palina aufmerksam und lud sie zum Casting mit Joko Winterscheidt ein. Über die Anfänge ihrer Karriere als Frau im Männerbusiness Entertainment sagte sie zuletzt, ich wurde schon sehr limitiert und habe nicht so den Platz bekommen. Den musste ich mir hart erkämpfen. Sie wollte mehr als nur ein Sidekick sein, denn sie wusste, was sie drauf hat. Weil sie es schon immer verstand, für sich einzustehen. Um als die Person wahrgenommen zu werden, die sie wirklich ist. Auch wenn der erste Eindruck vielleicht trügerisch scheint. Es ist total wichtig, eine Idee von sich selbst zu haben. Das wird kein anderer für dich machen. Und wenn es ein anderer für dich macht, dann ist das meistens nicht wahrhaftig und hundertprozentig, weil jeder etwas anderes in dir sieht. Den Weg einer weiteren Frau, die sich übrigens auch in einer Männerdomäne behaupten musste, stellen wir euch hier vor. Und eine knackige Diskussion über Sexismus und Flirts gibt es hier. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograph. Der Biograph. Der Biograph.